Jo, also, hallo und herzlich willkommen zu meinem Zitronensaft FIFA Video, das ist jetzt das dritte Mal, wo ich das mache, bei den ersten zwei Mal hat es verkackt, ich brauche echt ein neues Webcam, es krebt mich zu langsam auf, wie ihr vorhin in einem geilen Intro gesehen habt, werde ich mit Zitronensaft trinken, pro Gegentor, ein kleines bisschen, also ich habe es das schon zweimal gemacht, das ist schlimmer als Tabasco, das ist der Horror. Ja, also, dann, wenn ich gewinne, muss ich trotzdem einmal trinken, weil es ja sonst langweilig wäre, wenn ich einfach nie trinken müsste und wenn ich verliere, dann halb zweimal. So, heute in einem Markenpulli unterwegs, der Gegner hat auch nicht so eine überragende Wertung, aber vielleicht hat er ja selbe wie ich gemacht, nach 18 Punkten, ach du fucking Scheiße. James, 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 James. Was? Niemals, 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 falls auch, ja, so knapp. Oh, Neymar vernascht, vernascht. Oh, Alba Zerstörung 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 Oh, die Alba Jawoll Bats Nice Tanzt einfach um die ganzen Gegner rum Jawoll Nein, nein, nein Oh, Buffon Nein, nein, nein Hat einfach auf Aferi Neymar 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 Oh, Zerstörung Alter, Neymar Beruhig dich Destruction Chiri Jawoll Wage Quit Jawoll Und der Wage Quit Und da ist der nächste Gegner Bro X Slipknot Ja, okay Nehmt hat mein Schweden Trikot Er spielt 4-1-2-1-2 Nur 99 Chemie Okay Ja Also Eine Pace Toll Oh nein Oh nein Er hat so viel Pace Er hat so viel Pace Scheiße Toll Geiles Ding Alter Geiles Ding Was hat Sergio Ramos da gemacht? Wieso rennt er raus? So Es sieht einfach aus Als wäre es aus Als ich ohne rauskomme Es sieht aus Als wäre es aus dem Mensch rausgekommen Aber Aber Let's try this Mal Oh ne Alter Das ist so ekelhaft Oh lauf Benze 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 Ja Jawoll Jawoll Alter Schön Scheiße 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 Oh nein Oh nein Komm schon Ramos Nein Was war das denn Ramos? Ramos Fuck Fuck Das ist so ekelhaft Das ist voll ein Humorlet So, 2-2 zur Halbzeit, so, ich muss das eigentlich spüren, boah, das ist vielleicht so scheiße, Neymar, nein, wie hält er den? Modric, ja, Schiri, Alter, was ist denn ein Handspiel, wieso gibt es das eigentlich in FIFA noch nicht, in Ultimate Team? Man, er hat den Ball einfach fast gefallen. Ne, 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 nein, 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 geht nicht, nein, nein. FML, 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 FML. Oh, oh, whoa, whoa, oh, fuck, ne, Alter. Lauf, Benze, Benze, komm schon. Schieß, jawohl, Alter, hier, ja, Mann. Nein, komm schon, Wichards, können wir, können wir, Wichards, 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 du Tier, Wichards, Alter, Stärke über 9000. Jaa, zahl' der nächste Super Saiyan Gin, Alter. Zerstörung. Jaa. Neymar, Neymar und hier rein und, alter, Neymar, ist es dein Ernst? Schau sie sich doch einfach mal da rein. Jawoll Ja So 4-3 Sieg Jawoll Alter, mir ist so schlecht wegen dem scheiß Zitronensaft Er läuft einmal gegen den Pfosten Jawoll, Alter Benzema mit 3 Tore Bart So Ich mach das Ding jetzt noch leer Ah ok, da ist fast gar nichts mehr drin Aber ich hab ja sowieso gewonnen Und musste 3 mal nehmen Also mach ich das jetzt einfach mal leer Schmeckt trotzdem scheiße So So Ähm Nächstes Mal mach ich Das mit Zahnpasta Dass ich einen Löffel Zahnpasta essen muss Wenn ich gegen Tor kassiere Andere Ideen Könnt ihr mir gerne sagen Ich hab mir schon überlegt Ob Chili's oder Ja, keine Ahnung was Ähm Yo, sag mir einfach Bescheid Und ich mach das Fast immer Ich bin Ich steh auf Schmerzen Und ähm Yo Also Dann bleibt eigentlich nichts alles zu sagen Außer Ciao Und wir sehen uns morgen Bei der Folge Pack to Glory Bye bye Bis zum nächsten Mal